Hi Diddli Ho, Hörer Rhinus, und herzlich willkommen zu der neuen Folge von KBBL Radio. Bei mir ist natürlich wieder mein toller Kollege Marc. Hi, herzlich willkommen von meiner Seite. Er hat mich vorgewarnt gerade, dass er eine super Begrüßung hat für heute und er hat mich wirklich positiv überrascht. Ich habe performt, das ist schön. Ja, er hat performt, ja. Heute reden wir über eine tolle Folge, nämlich Staffel 5, Folge 2, am Cup der Angst, oder auf Englisch Cape Fear. Und das ist die dritte Tingle Tangle Bob Folge. Über die erste haben wir ja schon gesprochen. Und die zweite, in der geht es interessanterweise gar nicht darum, dass er Bart umbringen will, sondern darum, dass er Selma heiratet und sie irgendwie um ihr Geld bringen will. Darüber reden wir ja vielleicht an anderer Stelle nochmal. Aber dies ist wirklich die erste Folge, wo Tingle Tangle Bob tatsächlich versucht, Bart umzubringen. Ja, und ich denke, da kann man auch direkt drauf eingehen, weil auch der Name der Folge verrät es schon. Und es ist eine komplette Adaption, die Folge. Also die ganze Folge orientiert sich komplett am Film, der genauso heißt, nämlich Cape Fear oder Cup der Angst. Und ist von 1991 von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Also es wird komplett darum gehen, dass eben ein verurteilter Verbrecher im Gefängnis sitzt, freigelassen wird und daraufhin den, der für seine Einsperrung im Gefängnis verantwortlich war, zu töten, als er wieder rauskommt. Genau. Und daraus hat sich dann halt über die Jahre dieses Thema entwickelt, dass Tingle Tangle Bob immer wieder aus dem Gefängnis rauskommt und immer wieder dann halt versucht, Bart umzubringen. Und ja, es beginnt direkt mit dem Tafelgag. Der lautet, die Cafeteria-Fritteuse ist kein Spielzeug. Sinnvoll. Ja, durchaus. Und dann kommt der Couch-Gag und den finde ich auch sehr schön. Die Simpsons kommen rein und da ist direkt irgendwie so eine Gala am Laufen. Also zuerst kommen so irgendwie Tänzerinnen, die so irgendwie Gardetanz mit den Simpsons machen und dann fährt so die hintere Wand hoch. Es fahren irgendwelche Jongleure auf Einrädern rum. Es sind hinten Feuerschlucker und irgendwelche Elefanten, die einen Handstand machen. Also es ist ziemlich übertrieben alles. Und ja. Ich war mir in der Szene ein bisschen unsicher. Entweder habe ich wirklich die Folge hier schon so oft gesehen oder dieses Intro gibt es ähnlich öfter. Ja, ja, den Couch-Gag gibt es gerade in der Anfangszeit so relativ oft. Auch bei Jubiläumsfolgen wird der, glaube ich, benutzt. Irgendwie bei der 100. Folge, irgend sowas halt. Also den kennt man. Ja, der ist relativ häufig. Genau, und die Folge startet auch, wie man es öfters kennt, eigentlich mit irgendwas, was im Fernsehen läuft. Nämlich mit Spät auf mit McBain. Oder Laid up with McBain, glaube ich, was im Original. Und da ist erstmal so ein Nazi-Soldat angehauchter Moderator, der McBain eben ansagt. Heißt der, hat er eigentlich Vornamen? Heißt der überhaupt McBain? Nein, nein, es ist ja eigentlich Rainier Wolf Castle, heißt er, stimmt. Aber in seiner Rolle als McBain eben. Genau, ich war mir gerade unsicher, wie er wirklich heißt und ob das ein richtiger Name ist. Aber ja, stimmt. Ja, und so eine typische amerikanische Late-Night-Show angedeutet. Aber es wird relativ schnell geht's nach hinten los, weil er benutzt das Wort Homosexuelle eben als Beleidigung. Und ja, das kommt beim Publikum verständlicherweise nicht ganz so gut an. Ja. Ja. Und dann sehen wir, dass völlig unabhängig davon Lisa und Bart Briefe kriegen. Und der Brief von Lisa ist schon der erste ziemlich gute Gag in der Folge, nämlich... Der ist weltklar so gewesen. Ihre Brieffreundin aus, ich glaube, einem nicht näher gelandeten Land schreibt zurück und erzählt irgendwie, dass ihr Land von der Präsident gestürzt wurde und jetzt irgendein anderer die Macht übernimmt. Und in dem Verlauf des Vorlesens von diesem Brief ändert sich die Mädchenstimme zu so einem Mann, der dann auch unterschreibt, gezeichnet, kleines Mädchen oder so. Genau, General Kruhl wird er nennen, dass ich es selbst vermutlich. Genau. Und die Unterschrift ist auch nicht irgendwie Liebegrüße oder so, sondern Intreue. Das fand ich auch sehr schön. Intreue, dein kleines Mädchen. Genau. Und Bart's Brief ist sogar eigentlich noch schlimmer, weil in dem einfach nur steht, dass er umgebracht werden wird. Äh, und das ist natürlich eher heftig. Ja. Und sie wissen auch nicht, von wem der Brief kommt, er ist nicht irgendwie unterzeichnet oder so. Und am Anfang der Folge wird es auch noch so ein bisschen geheim gehalten. Ja, ähm, es ist dann auch so angedeutet eben schon immer wieder, dass Bart eben paranoid wird und auch wirklich extreme Angst hat von diesem Brief. Er ist halt zehn Jahre alt, muss man dazu nochmal auch sagen. Also wenn irgendjemand, irgend so eine berühmte Person ist, glaube ich mittlerweile leider alltäglich, dass die irgendwie Morddrohungen bekommen. Aber selbst die können das nicht einfach so wegstecken, auch wenn das irgendwelche Fanatiker sind, wo man halt weiß, dass die Spinner sind. Aber dann ein zehnjähriger Junge, der einfach so einen Brief bekommt, wo drin steht, ich werde dich töten. Das ist halt, das nagt an den Nerven. Das sieht man auch die ganze Folge über immer wieder. Das ist echt heftig. Und ja, wie schon gesagt, Bart wird irgendwie paranoid und sieht überall Mörder. Zum Beispiel sieht er Flanders, wie er so komische Fingermesser hat und seine Hecke schneidet. Ja, das war so eine Mischung aus zwei bekannten Horrorfilmen aus Nightmare, wie er da so rausspringt. Und Edward mit den Scherenhänden, wie er dann diese Engels-Skulptur aus dem Busch rausgeschnitten hat. Das ist auch so ein kompletter Kameraschwenk, wie in dem Original Edward mit den Scherenhänden. Und sie fangen dann halt langsam an, Vermutungen anzustellen, wer diese Briefe schreiben könnte. Zuerst kommen sie auf Moe, wo sie irgendwie denken, wegen der ganzen Telefonstreiche, die sie über die Jahre gemacht haben, dass sie jetzt seine Rache haben will. Und Lisa ruft ihn dann an und sagt, er soll das endlich lassen und sonst gehen sie zur Polizei. Und er missinterpretiert das und lässt die ganzen Pandas frei, die er natürlich hinten in seiner Taverne hat, wie man das halt als guter Barkeeper so macht. Ja, es wurde auch in irgendeinem Videospiel, wo diese Szene wurde aufgegriffen. Ich weiß nicht mehr, es war entweder ein Simpsons Hit-in-One oder Simpsons Road Rage, aber irgendwo kann man Moes Auto fahren. Und da geht hinten der Kofferraum auf und da guckt dann der Panda raus unten. Also da habe ich mich nochmal daran erinnert, beide Spiele waren sehr gut übrigens, kann man beide nur empfehlen. Du hast keins davon gespielt, das solltest du unbedingt nachholen. Das werde ich nachholen. Und es gab auch irgendwie zwischen, also später gab es mal noch eine Szene, wo Mr. Burns zum Alien wird, wo das FBI bei Moes Bar ist. Da hat er einen Orca hinten drin in der Bar. Also ich weiß nicht, was der alles irgendwie mit seltenen Tieren da genau am Treiben ist. Das wird auch nie aufgeklärt, das würde ich gerne mal wissen. Ja, vielleicht will man es aber auch gar nicht so zu genau wissen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall sieht man auch eine Itchy und Scratchy-Folge, die ist so ein bisschen James-Bond-Goldfinger-mäßig angelehnt. Also Scratchy denkt, er bekommt 75 Cent, weil er ein Haustier ist. Allerdings hat Itchy da Buchstaben verdeckt gehabt und er bekommt eine Kastration für 75 Cent. Und er wird dann auf so einen Laser, also so einen Operationstisch festgezurrt und da kommt ein Laser, der ihm immer näher an einen Schritt kommt, wo auch die James-Bond-Musik dann dabei läuft. Und auch bei dieser Folge hat Barth sehr große Angst. Ja. Also er wird halt immer paranoider und hat immer mehr Angst, weil auch immer weitere Briefe halt kommen. Und dann sehen wir auch irgendwann, wer die Briefe schreibt, nämlich natürlich Tingle Tangle Bob, der sie alle mit seinem eigenen Blut schreibt, was auf Dauer seinen Kreislauf negativ beeinflusst. Ja, er schreibt auch Einkaufslisten oder so To-Do-Listen, schreibt da auch alles mit Blut. Und sein Zellnachbar Snake, der gibt ihm auch einen Tipp, dass er einfach einen Kugelschreiber nehmen soll. Und dabei fällt er eben auch mit dem Kopf auf den Tisch, weil er eben Blutmangel hat. Genau. Und als nächstes sehen wir dann, dass Tingle Tangle Bob eine Art Prozess hat, wo festgestellt wird, ob er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen wird oder nicht. Und da sehen wir natürlich, dass er sich dazu äußert, dass er keine Absicht mehr hat, irgendwie Barth umzubringen, obwohl er sich auf die Brust tativiert hat, Dei Barth Dei. Aber er sagt dann einfach, das wäre Deutsch und steht für Die Barth Die, was sehr viel Sinn macht. Ich hab's mir auch dann mal noch im Original angehört, die Stelle. Das war auch ganz witzig, da mal noch so in Nicht-Deutsch das zu sehen halt. Und ja, beim Gerichtsprozess werden auch andere Leute dann vorgeführt. Irgendwie Chief Wiggum, der sagt, dass er immer als Bullenschweinchen von ihm beleidigt wurde, wo dann halt das ganze Gericht einfach nur anfängt zu lachen. Und er dann auch und sagt, ja gut, das ist schon ganz witzig. Und auch Selma kommt vor Gericht. Da wird das eben wieder aufgegriffen von Bobs letztem Auftritt, wo er eben Selma heiraten wollte. Und da ist die Verteidigung von Bobs Anwalt irgendwie, wer im Raum hier würde sie nicht umbringen? Oder wer im Raum will sie alles tot sehen? Und es meldet sich fast jeder, inklusive Patty, weil Selma immer den Toilettensitz hochgeklappt lässt. Was ich auch sehr seltsam fand als Frau. Das ist richtig. Was da der genaue Hintergrund ist jetzt. Naja. Genau, und aufgrund dieser meisterhaften Verteidigung von dem blauhaarigen Anwalt, der auch der berühmte Anwalt ist, den man kennt aus den Simpsons, kommt Bob dann auf Bewährung frei. Und es ist ziemlich sicher, dass er direkt seinen Plan versuchen wird, weiter umzusetzen. Nämlich Bart so schnell wie möglich umzubringen. Als nächstes, wo wir Bobs sehen, ist glaube ich im Kino schon, oder? Genau. Da kommt so eine ikonische Szene auch aus dem Originalfilm Cape Fear. Da ist Bob dann im Kino mit den Simpsons hinter sich. Ansonsten ist das Kino leer im Gegensatz zum Original. Ich habe mir gerade auf YouTube die Stelle angesehen. Ich habe den Film nicht gesehen. Aber alle Ausschnitte, die ich gesehen habe, die haben echt ganz cool ausgesehen. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir den Film bei Amazon einfach digital mal hole. Weil auf Netflix ist er leider nicht, auf Amazon auch nicht und auf Disney Plus sowieso nicht. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir den mal vielleicht demnächst irgendwie ausleihe oder kaufe. Weil das hat wirklich alle Szenen, die ich gesehen habe, waren echt richtig cool. Und Martin Scorsese und Robert De Nioh, das sind halt auch schon Namen, die selbst ich als nicht schauspielmäßig begabter Mensch kenne. Und die Szene ist trotzdem fast eins zu eins. Also Bob sitzt da eben in diesem Kino, raucht Zigarre, lacht übertrieben laut über Stellen aus dem Film. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Aus dem Film Ernst Going Nowhere. Das ist auch eine Verarsche. Es gibt nämlich die beiden Filme Ernst Goes to Camp und Ernst Goes to Jail. Und das ist dann eben Ernst Going Nowhere. Einfach nur so. Diesmal macht er halt nichts, aber es ist trotzdem ein Film drüber. Klar. Genau. Und dann wollen sie sich zuerst beschweren. Also Homer will sich beschweren bei Tingle Tingle Bob, dass er so laut lacht. Dann kommt aber eine eher flachhumorige Stelle, wo irgendwas im Klo runtergespült wird, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, ich glaube, man hört nur den Klo runter spült Sound. Ich weiß nicht, ob man sonst mehr sieht. Daraufhin lacht Homer sich natürlich kaputt, weil das ist eher so seine Art von Humor. Und dann dreht sich Bob um. Und die Simpsons kommen so ziemlich direkt darauf, dass Bob das auch war, der die ganze Zeit die Briefe geschrieben hat und alles. Und er gibt das auch eigentlich mehr oder weniger offen zu. Macht aber jetzt erstmal nichts in dem Kino, sondern versucht zuerst so einen coolen One-Liner rauszuhauen, den er dann ziemlich verhaut. Und dann geht er. Und wir sehen halt immer weiter, dass er halt so Psychoterror betreibt. Also er fährt irgendwie mit so einem Lautsprecherwagen an den Häusern vorbei und sagt, folgende Einwohner dieser Nachbarschaft werden von mir nicht umgebracht. Zählt halt die Flanders auf und von den Simpsons alle außer Bart. Also er macht dann halt ziemlich viele Psychospielchen so, dass Bart immer mehr Angst bekommt. Ja, aber es gilt auch zu sagen, auch Ward und Todd Flanders sind anscheinend auf seiner Liste, weil die wurden auch nicht genannt. Das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch ziemlich gruselig. Ja. Ich weiß nicht, ob es, gab es die am Anfang schon? Ja, doch, doch, doch. Ja, es gab sie schon, aber ich weiß nicht, vielleicht... Also ja, klar, geboren waren die auf jeden Fall halt, aber ob die halt schon als Charakter eingeführt waren, aber waren sie. Also man sieht nämlich schon am Anfang irgendwie wie Blender Flanders auch ein Gartenfest gibt, da sind die auch schon da und auch schon saunervig. Ja, aber was ich noch zum Kino da sagen wollte, das ist auch so ein Ding, da habe ich ein bisschen befürchtet, dass dein Intro drauf hinausläuft. Dieses, er sagt was, dann fällt ihm nichts ein, dann kommt er nochmal zurück und will dann doch noch was Schlagfertiges sagen, weil ihm auf dem Weg was eingefallen ist. Das ist halt echt so ein Phänomen, das kenne ich von mir auch viel zu gut. Und ich wäre so gern Sachen, wo mir abends dann irgendwie, wenn ich allein bin, im Bett kommen, die würde ich gerne direkt manchmal im Kopf haben. Aber ja, das war so, da würde ich mich direkt reinversetzen, die Stelle noch, die wollte ich noch kurz mal rausheben. Aber ja, dann sieht man, man sieht zwischenzeitlich auch noch, wie Bob trainiert, auch eine Szene aus dem Originalfilm, nur mit anderen Tattoos. Also man sieht irgendwie ein Tattoo auf seinem Rücken, wo ein Skateboard ist, wo Bart's abgeschlagener Kopf drauf liegt. Ich glaube auch Al Karamba drunter steht. Ja, ich glaube so als Sprechblase. Ja. Und dann kam auch wieder etwas, das habe ich auch mit Recherche nicht verstanden, was das jetzt genau war. Da geht Homer zu irgendeinem Detektiv-Mafiatyp, also ich weiß nicht, das wird mir nicht so ganz klar, wer das jetzt genau sein soll im Endeffekt. Ich habe es auch fast irgendwie als Privatdetektiv oder so halt. Ja, und der geht dann zu Bob und versucht den so quengelig zu überreden, dass er einfach da aufhören soll mit so, bitte, ach komm. Also das ist mir irgendwie, ich habe auch geguckt, dass das irgendwie halt eine bekannte Andeutung ist. Vielleicht ist es halt wie in Cape 4 irgendwie nochmal eine Anlehnung, aber habe ich auch nichts zu gefunden. Also kann sein, dass das auch wieder im Originalfilm irgendwie vorkommt. Aber habe ich nichts zu gefunden, fand ich nur irgendwie ein bisschen komisch, war mir so spekt, die Stelle. Das ist irgendwie seltsam. Genau. Und dann kommt eigentlich für mich die Szene der ganzen Folge, nämlich wo sie zum Zeugenschutzprogramm gehen. Ja. Und das ist auch so eine ikonische Stelle, die einfach, glaube ich, ewig hängen bleibt. Aber ich habe mich da genau daran erinnert, was jetzt passiert. Und ich habe mich schon direkt darauf gefreut, als es losging mit denen. Genau, also sie gehen zum Zeugenschutzprogramm und dort sollen sie eben eine neue Identität bekommen. Sie heißen jetzt die Thompsons und sie sollen nach Terrorsee ziehen. Und dann versuchen sie halt so zu trainieren mit Homer, dass er sich den Namen auch merken kann. Also dass er sich so umorientiert von Simpsons zu Thompson. Und dann sagt der eine Typ vom Zeugenschutzprogramm immer wieder, wenn ich jetzt sage, hallo Mr. Thompson, dann sagen sie hallo. Und er sagt es immer wieder und Homer sitzt einfach regungslos da und versteht es nicht. Und dieser Blick von Homer ist so supergeil. Das ist so gut. Genau. Und es geht so lange, dass sie sich irgendwann darauf geeinigt haben, okay, wenn ich jetzt Mr. Thompson, hallo Mr. Thompson sage und ihn auf den Fuß trete, dann nicken sie und lächeln. Und er versteht es immer noch nicht und sagt zu dem anderen Typ vom Zeugenschutzprogramm, ich glaube, er meint sie. Also es ist einfach supergut. Ja, also der einzige Wehmutstropfen in der ganzen Szene ist wirklich die deutsche Übersetzung in der einen Stelle. Also ich habe ja vorhin umgestellt dann gehabt bei dem D-Bar-D. Ja. Und seitdem habe ich es dann auf Englisch geguckt gehabt. Und hier habe ich dann nochmal rumgeswitcht, um zu gucken, wie es auf Deutsch gesagt wird. Und das war wirklich schrecklich. Weil ich dachte dann wirklich im Englischen, also im Original dachte ich dann wirklich, oh, das ist ein cooler Gag, weil da wurden ja diese vier Städte zur Auswahl gegeben, wo sie eventuell hinziehen können. Da war dann eben Cape of Fear, Terror Lake, New Horror Field und Screamville. Und Homer sagt dann, er will nach Ice Creamville, weil das halt so im Kontext sich auch wirklich angehört hat, wie Ice Creamville. Und im Deutschen wurde das übersetzt zu Schreischreckville und Eisschleckville. Ja, das ist sehr schön übersetzt, das ist mir auch aufgefallen. Das ist, glaube ich, die zweitschrecklichste Witzübersetzung, die trotzdem sich irgendwie durchsetzen könnte. Also die allerschlimmste für mich ist, seit ich es weiß, wie es im Original heißt, wirklich aus Spongebob die Geisterszene. Wo so alle Geister sagen und der eine sagt Weißbrot. Ja, aber die ist legendär, die ist toll. Seit ich das im Original oder wirklich kenne, kann ich da wirklich auch nur noch extrem im Kopf drüber schütteln, über die Übersetzung. Also von Toast und Ghost zu Geister und Weißbrot. Weißbrot. Ja, okay. Das wollte ich auch sagen, Eisschleckville, das fand ich auch ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall kommt dann auch wieder eine Andeutung an den Originalfilm, nämlich, dass sich Bob unterm Auto festhält, als sie in ihr neues Zuhause nach Tower Lake gehen. Ja. Gehen. Und ja, das wird ihm halt möglichst schwer gemacht, auch noch von Homer vor allem. Genau, also sie fahren über jeden Geschwindigkeitshubbel, den es so ziemlich gibt auf der ganzen Straße. Und dann fragt noch, fragt Homer noch, hey Kinder, wollt ihr durch dieses Kaktusfeld fahren? Und alle sagen ja, nur unterm Auto hört man nein. Und Homer sagt, okay, zwei gegen einen, los geht's. Und er schüttet seinen Kaffee aus dem Fenster, weil er viel zu heiß wäre. Und dann kriegt Bob dann auch komischerweise unterm Auto ab. Also da die Physik gestimmt hat, bin ich auch unsicher. Das ist fragwürdig, genau. Also Bob hat auf jeden Fall keine gute Zeit unter diesem Auto. Und als sie dann ankommen und alle aussteigen, kommt eine sehr seltsame Szene. Nämlich, es ist im Grunde liegen ca. 80 Rechen auf dem Boden. Und Bob tritt auf so ziemlich jeden Einzelnen. Da habe ich aber sogar mal irgendwas gelesen über die Szene, dass sie da wirklich gemerkt haben, dass die Folge zu kurz ist. Und dann haben sie einfach diese Szene irgendwie eine Minute lang gezogen. Ja, das wird ja auch zu so einem Running Gag gemacht. Also ich glaube, in den späteren Folgen, wo Bob auftritt, tritt er immer wieder dann irgendwie auch so ein Rechenhaken-Ding. Aber ja, da war es halt echt, da hat es ein bisschen sich gezogen, auch die Stelle. Also es war, glaube ich, 15 Sekunden oder so. Aber ja, kann man mit leben. Auf jeden Fall haben sie, jetzt sind sie stolze Besitzer eines Hausboots, was halt eben auch wieder auf dem Original beruht. Aber trotzdem ganz schöne Szene, vor allem, dass Homer ein T-Shirt vom Zeugenschutzprogramm trägt. Und eine Mütze. Das ist wahnsinnig gut. Ja. Das ist auch so etwas, was eigentlich nicht auffällt beim ersten Mal, aber das hat mir gut gefallen. Genau, eine direkte darauffolgende Gag. Das ist schon toll, so ein Hausboot zu haben, weil immer wenn einem die Nachbarn nerven, kann man einfach wegfahren. Und alle lachen sich drüber kaputt. Und währenddessen sieht man, dass alle anderen Hausboote drumherum wegfahren direkt. Also auch hier sehr schön. Und außerdem sehen wir nochmal eine Abwandlung vom Simpsons-Intro, wo dann jetzt statt die Simpsons die Thomsons kommt. Und wir eigentlich halt die letzte Sequenz von den Simpsons, wo alle halt mit dem Auto ankommen und mit dem Fahrrad und so. Nur halt kommen sie nur mit dem Auto an und rennen dann halt ins Hausboot. Also eine Abwandlung vom Intro. Und werden mit Fischen bedeckt auf der Couch. Und ja, als nächstes kommt dann eine Stelle, wo sie irgendwie in der Stadt sind. Also sie gehen irgendwie in die Stadt gucken und da fängt eine Parade an. Offensichtlich zu Ehren von Hannibal, der die Alpen überquert hat mit Elefanten. Jedenfalls wird Bob dann, ah da kommt er wieder unter einem Auto raus, stimmt, erstmal. Und da bleibt er einfach auf der Straße liegen und sagt schon, was kannst du mir schon tun? Ich liege hier auf der Hauptstraße. Und dann kommt eben diese Parade und läuft komplett über Bob drüber, inklusive sechs Elefanten, wo jeweils ein Wort auf der Seite draufsteht. Und ja, da sieht man halt, Bob wird durchgehend gequält. Genauso wie er damals in der Crusty-Show halt auch durchgehend gequält wurde. Also ich weiß nicht, ob sein Los mittlerweile besser geworden ist. Ich glaube eher nicht. Und dadurch weiß Bart jetzt eben, dass Bob sie verfolgt hat und rennt ganz verzweifelt heim und berichtet davon. Ja und jetzt sind sie eigentlich nicht besser dran als vorher, weil Bart muss immer noch Angst haben. Und wir sehen dann, dass er nachts im Bett liegt und Homer nicht so ganz vorsichtig ist. Und immer wieder, also einmal rennt er mit einem riesigen Messer rein und schreit ihn an, ob er noch einen Brownie will vorm Schlafen gehen. Und dann, als er dann wieder rausgeht, kommt er wieder rein mit einer Kettensäge und einer Hockey-Maske. Und versteht überhaupt nicht, warum Bart das jetzt irgendwie komisch findet, wenn er das nicht mag. Ist auch cool, wie es immer so rot wurde. Das war schon ganz gut umgesetzt. Und dann auch wieder eine Adaption an einen super bekannten amerikanischen Film, an Psycho. Beziehungsweise mich hat es eher daran erinnert an eine Serie, die ich sehr zu schätzen wusste, die eben auf dem gleichen Film basiert. Nämlich Bates Motel. Bob sitzt nämlich eben in Bates Motel mit ausgestopften Vögeln hinter sich. Und schreibt da so ein bisschen auf, was er halt irgendwie im Kopf hat und was er tun will mit Bart. Und das fand ich dann auch sehr schön, weil es eigentlich, weil es auch wieder eine unnötige Szene war, vielleicht auch nur zum Lückenfüllen. Irgendwie um es länger zu machen. Aber ich habe direkt, wie ich Bates Motel gelesen habe, habe ich mich direkt gefreut gehabt, weil ich wirklich halt großen Spaß an der Serie hatte. Und die ist auch absolute Empfehlung. Insgesamt gibt es in den alten Folgen, wir haben jetzt ja viele neue Folgen gehabt, in den alten Folgen wird mehr auf so Filme eingegangen, habe ich das Gefühl. Ja. Und auf andere Serien und Musikstücke und so. Und in den neuen Folgen ist es eher so, dass so Sesamstraßen mäßig, dass so irgendwie jede Folge wird versucht, irgendwie möglichst viele Celebrities einzubauen. Ja, also früher waren es halt echt super viele Filmreferenzen. Ja. Das stimmt schon. Ja, und dann kommt das, worauf man die ganze Folge gewartet hat, nämlich Bob fängt an, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er kommt zum Hausboot und schneidet da das Seil durch, womit das festgemacht wurde, sodass das Boot losfährt. Und Bart keinen Fluchtweg mehr hat. Und kommt dann sofort in Barts Zimmer und droht ihn mit seinem Messer. Und Bart flüchtet aus dem Zimmer und bemerkt dann aber, dass er halt nirgendwo hin flüchten kann, weil überall ist Wasser, wo irgendwie Krokodile und Zitteraal und was weiß ich, was drin ist. Und ja, Bob schafft es, ihn in die Ecke zu drängen und fragt ihn nach seinem letzten Wunsch. Und dann sieht Bart ein Schild, wo steht, dass es nach Springfield noch 15 Meilen sind. Also der Fluss, auf dem sie sich da hintreiben, führt offensichtlich nach Springfield. Und er weiß, jetzt muss er Zeit schinden. Und deswegen lässt er Bob die komplette Opernstück, ich denke es ist ein Opernstück, HMS Piner 4 vortragen. Also irgendwie von der britischen Navy, also britische, wie ist das Wort für Navy, also Navy, Marine, richtig. Und das geht anscheinend ein ganz schönes Stück lang, wie man es eben von so einem Opernstück kennt. Und Bob trägt das mit verschiedenen Kostümen und Theater, Programmheft und allem möglichen vor, weil er eben halt auch eine engelsgleiche Stimme hat. Da hat Bart ganz gut gespielt, muss man sagen. Ja, und er hat natürlich auch diese Eitelkeit von Bob, dass er irgendwie so kulturell voll begabt ist und so weiter, sich zunutze gemacht. Und es wird halt immer wieder immer professioneller. Also irgendwie am Anfang steht er halt einfach nur da und singt. Und dann kommen halt die Kostüme und irgendwie am Ende noch die britische Flagge kommt hinter ihm. Und er kriegt noch irgendwie Blumen zugeworfen von was weiß ich wem. Und aber dann ist leider das Ganze vorbei. Und er zückt seinen Degen und will jetzt endlich Bart an den Kragen. Aber da fährt das Schiff auf den Stein und wir sehen, dass Chief Wiggum und Lou und Eddie sind schon da und nehmen ihn in Gewahrsam, weil sie in Springfield angekommen sind. Sie sind auch alle drei im Bademantel, also die sind ganz frisch da. Ich weiß nicht genau, woher die wussten, dass die da jetzt kommen mit dem Boot. Ich habe auch keine Ahnung. Ich meine irgendwie, jetzt kann sich ja keiner angerufen haben oder sowas. Ja, aber sie sind halt da. Ja. Das ist wichtig. Ja. Und es kommt, wie es eben zu erwarten war, Bob wird festgenommen. Und die Simpsons kehren auch wieder als Simpsons und nicht als Fomsons zurück zu ihrem Haus, wo Grandpa auf sie wartet, der seine Pillen bei den Simpsons im Haus vergessen hatte. Und offensichtlich sind da auch irgendwelche Hormone in seinen Tabletten dabei, weil er sieht sehr weiblich aus. Jetzt hat er lange Haare und Brust. Ja. Genau. Und wird dann noch von Jasper angemacht. Womit die Folge dann auch endet. War dann auch wieder ein sehr skurriles Ende, irgendwie, weil Grandpa dann auch ein bisschen drauf eingeht, auf die Anmache von Jasper. Wieso hast du die Folge ausgewählt? Also ich habe mich, als ich die Folge nochmal gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, wie viele gute Gags da einfach drin sind. Also es ist wirklich, eigentlich in so gut wie jeder Szene gibt es echt so einen Gag, wo ich laut gelacht habe. Und an sich ist es halt auch irgendwie wieder so ein erstes Mal, also dieses erste Mal, wo jetzt Bob tatsächlich versucht, Bart umzubringen, was ja immer wieder auftaucht. Was halt jetzt einfach so eine Art Running Gag ist, dass das halt immer wieder passiert und das wird halt da eingeführt und dazu halt diese ganzen guten Gags. Also ich fand die Folge echt ziemlich cool. Ja, ich habe es dafür noch direkt nach dem Schauen, habe ich direkt Ivo geschrieben auf WhatsApp, dass die Folge Weltklasse war. Also ich habe auch sehr viel Spaß gehabt bei der Folge. Wir haben noch einige Sachen jetzt gar nicht erwähnt gehabt, irgendwie Gags, die ich auch noch super witzig fand. Dann zwischendrin lag mal der ganze Tisch voll mit Morddrohungen von Bob und zwischendrin war einer mit schwarzer Schrift geschrieben. Und der war von Homer an Bart, weil Bart Homer auf den Hintern Überlänge geschrieben hat. Und dann steht da noch Nelson am Fenster und macht HaHa. Also das war wirklich so eine richtige Folge, da kann man, wir haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen fast und wir haben nicht mal alle Gags irgendwie eingebracht, die einzubringen wären. Also da sieht man, wie viel da passiert ist. Ja. Und auch eben, dass es sich an einem Film orientiert, komplett durchgängig, das fand ich auch sehr schön. Genau. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja. Wobei ich nicht so der Tingle Tangle Bob Fanatiker bin wie du. Aber die Folge fand ich auch sehr gut. Also ich meine, du hast jetzt von acht Folgen, die du ausgewählt hast, das ist ungefähr geschätzt, hast du zweimal nur wegen Tingle Tangle Bob eine Folge ausgewählt. Aber ich finde es gut. Das ist eben mein Lieblingskinder-Mörder. Dann muss ich dem halt auch hier eine Bühne gewähren. Okay. Dann beende ich jetzt besser die Folge, bevor das noch hier weiter komisch wird. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.